Normal gesehen, wahrscheinlich hatten sie aber nix. Hallo. So, rauch weg hier, rauch weg. So, hätten wir das auf. Oh, hier haben wir ein paar. Verstecken sie sich in der Ecke. Das bringt euch aber gar nix. Wenn wir das Gold nämlich mit, den Rest können behalten. Komm her, Hexer. Ach, jetzt hab ich den Scheißding doch noch aufgenommen. Mordaxt. Können wir gut verkaufen. So, wer ist er denn? Hm. Niemand besonderes. Hier ist ne Truhe. Oh. Eine gefräßige Truhe. Oh, oh, oh. Ja, da ist ein Feuer raus. Wo ist ein Scheißschalter hier? Da oben ist ein Hebel. Müssen wir wohl hier lang? Von dem Typen beseitigen hier. Geh weg. Hier, Hebel. Eine Falle. Eine Falle. Was ist das für eine Falle denn? Da bist du kein Boom da, was das Ding gemacht hat. Hm. Das tut mir doch gar nichts. Ähm. Was soll das jetzt eigentlich bringen, da oben da Dings auszumachen? Den Hebel zu betätigen. Wofür das denn? Da war doch eh nichts zu holen. Wat ein Quatsch. Da war echt sinnlos. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Dann werden wir mal sehen, ob wir da andere Viech da platt kriegen. Oder zumindest erstmal die nächste Ebene. Erstmal. Gucken wir da noch so rumrennt. Treppe nach oben. Weiß nicht, ob wir da schon ganz oben sind. Oder ob wir da noch äh. Weiter müssen. Was haben wir hier noch? Hier ist nix. Mauerwand. Geh hier hoch. Hallo. Störe ich gerade. So hier. Euch komischen Leuchtschädel auch mal umhauen. Das den können wir behalten. Da brauche ich nicht. So hier. Weg. Wer ist er denn noch? Geh doch weg ey. So hier. Da hat man doch frei. Aufgedeckt. Was das? Infanteriestreitkolben. Nee. Brauche ich nicht. Nimm mal ein paar riesen Schwerter haben. Hilft euch aber auch nicht. Hallo. So hier haben wir noch ein paar von den Eierköppen. Der ist aufgenommener Ding. Ja ne. Gut. Dann äh. Können wir hier runter gehen. Lass und dann leuchten wir ne. Was hat denn hier? Was hat denn hier? Was hat denn hier? Ich habe so ein Hexer. Ich dachte, wir werden gar nicht runter springen brauchen. Hier auch nicht. hallo gerade sagen wir nicht weg ah ein stufenaufstieg das wird ja 46 sein was sind die denn geht doch weg muss man irgendwas leveln so was haben wir denn da noch hier können wir wieder nix machen frost atem ich habe eigentlich den hier ausgewählt dann gehen wir hin und machen hier noch was ausmerzen rang 10 15 was haben wir denn da sind das hier ausmerzen nehmen wir das mal auf der rechten taste und hier noch 3 4 5 mein mann ist eigentlich auch nicht unbedingt schlecht kann man auch machen ich bin ja kein zauberer in dem sinne von daher nehmen wir das andere hier ist nix dann gehen wir hier rum unser böter hexer hier nur ein bisschen gold und hier ist er weg in stücke geschlagen in kleinen blöckchen verarbeitet könnte man auch sagen ne so hier acht goldstücke tja auch wenn er gepanzert sei da bringt euch auch nix so hier zwerg knochenwichter noch einer so ein paar leuchtbieren hier na komm her bisschen gold hier will ich noch etwas übersehen so weg hier noch etwas übersehen müssen wir auch noch kurz weghauen auch noch welche ganze Gesindel hier so hier auch noch ein paar noch einer Truhe mit Gold komm die denn her ich hab unbedingt gleich noch getränke kaufen wenn ich dann mal fertig hab hier sollten wir nicht vergessen Elbrot das war Elbrot Segmenthose na ne brauch ich nicht hier gewaltiger Heiltrank zwei Stück oh das muss ich eben niesen Moment so direkt die Nase frei einmal niesen oh ein Waffenständer ja toll so einen blöden Ödlandbogen hey wie die ich ihn da mit das kann noch nichts ich kann ja besser mit dem mit einer Gabel hier rumstechen das ist wie so einen blöden Ödlandbogen das ist auch noch ein normaler der kann ja eh nichts so hier noch irgendwas nö dann gehen wir noch mal nach oben noch so ein Stiefchen irgendwann trinken Moment so ja ich weiß ich meine die ganzen Füllwörter wenn man eigentlich nicht nötig aber was soll man sonst sagen wenn man ein Tränkchen nehmen hier und dann haben wir das Treppe nach oben naja nach unten wo ich gerade sagen da komme ich ja her die dann her haben wir da unten geschlafen oder was so gold weg mit dir ich will ja erstmal einen Hexerplatt machen der verdrückt sich ja immer der wicht was hat der für springende Hasen ey was hat der für springende Hasen ey na komm man 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 what the eff is ey so hier noch jemand ja ein paar kleine hallo schuldigung dass ich dich zerschmettert hab war aber nötig stand es mir im Weg da hört ja da rum springen dann auch nix ey wollte ich mal gesagt haben oh Gold ich hab fast da Gold vergessen hier da geht aber nicht so da war der Hexer noch so ein Zwerch man da tragen was da für ein Hebel da unten da kommt mir ja gar nicht hin wahrscheinlich muss ich da erst wieder einen anderen Hebel umlegen damit der nach oben kommt aber wo ist der auf die Seite oder auf der anderen Seite ok doof oder was muss er hin kaputt aber eben stückchen zurück so ein dicker Gegner hier direkt da direkt da hier komm du auch noch so Wegpunkt Potalrolle Heiltrank und einen Falten Schienenbeinbeschützer ich will das auch immer nötig ist so ich hab hier irgendwas übergeblieben oder Zwerge hier irgendwas nochmal rumliegen nö da ist so ein Scheusal auch in Stücke gekloppt so da ist Treppe nach oben das ist schön wir gehen aber erst nochmal in die andere Richtung mal sehen was da noch ist weil ich muss ja irgendwie da an den Hebel kommen oh Mann da dran dann nehmen wir mit na hier da der Hebel der muss auch für irgendwas gut sein nicht wegrennen dass mein Hund in Ruhe zieht so hier komm geh schlafen nur genauso hier ist auch nix irgendwo muss ja ein Hebel sein von den einen deiner Mitte nicht aber nur Gold oh hab mal angesprungen so das aufweg du noch kriegst auch noch ein paar auf den Schädel ey oh ist mein Party rennt jede Menge rum naja lädst du gleich schon wieder hoch den Manna komm hier weg mit dir du noch du noch so ne komische Zwerge hier komm so was hier noch sagen wir auch noch vom Hexter wieder du brauchst dich gerne weg zu teleportieren ich krieg dich sowieso ey so hier noch Gold hier ist dann nix mehr ähm oh geht auch ein ganz stück weiter hier noch naja hätte ich ja nicht gedacht oh Gold nehmen wir auch mit dann gehen wir mal in die Richtung um noch welche hoch und dann einfach unten bleiben wird er besser machen können er hätte mehr überlebenschancen gehabt da komm da komm da gibt man nicht damit dann rumgespringen da Tue das ist schön was ist er noch hier äh äh Schädel von Imena keine Hammerdokies ein kleines vollen Gürtel und Gold und Gold äh geht doch weg geht doch weg ich keine Schnitte ich box euch alle um so hier ist noch eine Truhe nichts besonderes drin oh ich bin kaputt er ein Hextabtatt machen hier zack so auf weg auf weg die Klinge kannst du behalten die brauche ich nicht was haben wir hier noch eine Segmenthose und ein Silber Hofbundhose was auch immer das ist ja mehr ist hier nicht wa war das aber ich habe den Schalter immer noch nicht irgendwie gehabt da zum umlegen ich muss da irgendwie dahin kommen oh würde ich übersehen oder was oh da waren wir auch noch nicht da ist ein Hebel ach das war das Tor toll oh hier denn ist das ein Geheimnis oder sowas wäre ja möglich wir erstmal hier hoch ich nehme noch ein paar Typen ja Typen ja ein paar Viecher würde ich sagen ne so komisch die gestauten hier Waldgargäule ja das war der netzter Sprung Junge so hier nochmal ein Haufen Kohle dann gehen wir etwas da unten rein dann noch im Leerräum das noch ein Hebel Geheimraum Geheimraum jetzt ist das kein Geheimraum mehr na Hebel der denn her Hebel 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 stern gewaltiger verjüngungstrank 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 glücks würfel und nicht in den team identifizierte handschuhe so können wir jetzt eigentlich in die nächste ebene gehen